Online-Ziel-und-Routen-Import Der Dienst Online-Ziel-und-Routen-Import ermöglicht es Ihnen, Ihre Ziele und Routen bequem von zu Hause aus online in Ihrem K-Net-Portal zu planen und diese dann in das Infotainment-System Ihres Volkswagen zu importieren. Melden Sie sich hierzu im K-Net-Portal mit Ihren Zugangsdaten an. Klicken Sie anschließend auf das Dienstpaket Guide and Inform. Scrollen Sie nun zum Dienst Online-Ziel-und-Routen-Import und klicken Sie auf Ziele verwalten. Tragen Sie dann den Namen und die Adresse des Zielortes in die dafür vorgesehenen Eingabefelder ein. Während der Texteingabe werden Ihnen entsprechende Ziele auf der Karte vorgeschlagen. Sobald das Ziel eindeutig identifiziert wurde, zoomt die Karte automatisch darauf ein und versieht es mit einem Pin. Beenden Sie jetzt die Eingabe des Namens und klicken Sie auf Speichern, um die Zielkoordinaten in Ihrer Liste Meine Ziele zu sichern. Sofern Sie eines Ihrer Ziele aus dieser Liste löschen möchten, das Teil einer von Ihnen eingegebenen Route ist, werden Sie durch einen Hinweis automatisch davon in Kenntnis gesetzt. Um dieses Ziel endgültig zu entfernen, bestätigen Sie Ihren Wunsch mit OK. Um eine neue Route anzulegen, klicken Sie auf den Reiter Routen. Tragen Sie jetzt die Adresse des Anfangs sowie des Endpunktes in die dafür vorgesehenen Eingabefelder ein. Ihr angegebener Endpunkt wird automatisch zum Zwischenziel, wenn Sie Ihrer Route durch Klicken auf das weiß hinterlegte Pluszeichen ein weiteres Ziel hinzufügen. Auf diese Weise kann Ihre Route um maximal 10 Ziele erweitert werden. Vergeben Sie abschließend einen Namen für die neue Route und klicken Sie auf Speichern, um sie in Ihrer Liste zu sichern. Bitte beachten Sie, dass die Routen im Portal auf Basis der Luftlinien angezeigt werden. Im Infotainmentsystem werden die Routen dann anhand der verfügbaren Karten neu berechnet.